Wir beginnen mit dem Araber-Grundschritt mit Landfrauen-Armhaltung. Das imitierst du so lange, bis ich dir ein optisches Zeichen gebe. Wenn ich mein Köpfchen nach links wende, hansen wir nach links, nach hinten, nach rechts Und wenn wir Glück haben, schauen wir mit dem Gesicht wieder nach vorne. Bist du auch wieder vorangekommen? War es dir nicht zu schnell? Ich konnte dir das Juraten noch hinterher tanken. Na ja, als Schweizer Tempo und Temperament. Kann ich dann jetzt ordentlich hören? Sicherlich, das ist ja das demokratische Antribalentanz. Eine Ehre kann die Führung übernehmen. Wenn ich keine Rüste mehr verspüre, als Leitkuh ihren Kopf herumzutaupen, gehe ich gemessenen Schrittes nach rechts. Und nun, obacht! Nun folgt dein akustisches Signal. Wenn du dieses Signal hörst, kannst du die Führung übernehmen. Aufgemerkt, das Signal! Und jetzt nennt man Treibel. Das ist echt schön. Ich bin ein Schweizer Tribal. Und ich glaube, ich habe keinen Saft mehr. Auf diesem Gerätchen. Ich hole mir ein Mikrofonchen. Nun, glaube ich, bin ich wieder etwas lauter. Ich habe keinen Säpfchen mehr. Nun nehmen wir beide das Mikrofonchen. Ja, was macht denn mein Säpfchen da oben? Ich glaube, ich glaube, das Mütterliebe Böse. So, ich habe mir jetzt genug getreibelt. Ich schaue jetzt, ob die Homepage von dem lieben Drissbett abgibt.